Heyo Leute, herzlich willkommen zurück zu Lucky Rush mit David Hallo Und wir haben heute 16 ApoRed Lucky Blocks, 16 namenslose Lucky Blocks und 32 Emerald Lucky Blocks und wir lügen direkt los Und ich habe einen Huhn, yo, hi Huhn, was geht, so, okay, oh, okay, oh, okay, oh, wie kann man das vergessen, ich verstehe das manchmal nicht, so, oh, nice, TNT, oh, man, WTF, krieg immer TNT, wow, 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 ähm, kannst du den Befehl machen, sonst werde ich immer gespawnt, ja, Es sind gerade mega viele Bobs oder sowas, es war einfach sauviele davon, so, okay, ein paar Creeper, ein Diablock, oh, ein Gas, wow, ich versuch, ah, ich kriege ihn nicht, warte, nein, Mist, ich muss den angucken, hä, warum, ich hab doch, hä, was, ich schlag doch gegen den, verpiss dich, ja, ein Gas Ah, ja, der, der hat mich dann auch gestresst Warte gerade auch einen Nein, ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht, ja, ich hab ihn getötet, nice, okay, gut, wuh, weißt du, ich töte die Mobs, ich mach nicht den Befehl, oh, okay Die machen auch nicht mehr so oft Die machen auch nicht mehr so oft, ja, 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 hm, scheiße David Nein, er hat den Villager getötet, Mist Mist, 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 was, nein, da fliegen Diablöcke weg, einfach so Die armen Diablöcke Ja, oh, ein Lucky Block Tower, nice Ja, geil, ich baue einen ab, oh, der hell Scheiße Ah, in der Aufbaufase ist es okay, wenn man Kill macht Ja, klar, Aufbaufase darfst du machen Okay, Aufbaufase, dann machen wir das jetzt, wow Okay, okay WTF, okay, jetzt kommen die Upper Red Lucky Blocks dran Es donnert, was ist hier los? David, was machst du? Du bist einfach schon in der Mitte, du Penner Ja, ich hab voll für TNT bekommen Voll für TNT und Redstone-Blöcke Was, ist das dein Ernst? Das finde ich jetzt nicht okay, dass du so schnell rushst Mach doch jetzt erstmal deine normalen Blöcke auf Nein, ich möchte erstmal die guten da hinten saven Und dann die normalen weiter aufbrauchen Du bist so ein Trottel ohne Witz Wieso ein Trottel? Weil ich das scheiße finde, das finde ich echt nicht korrekt Wieso ist das nicht korrekt? Weil es halt nicht korrekt ist? WTF Ich finde es halt echt nicht korrekt Weil, ich wollte eigentlich in der Mitte Wer will das nicht? Oh mein Gott Wer will das nicht? Ich habe jetzt noch nicht mal die Emerald Lucky Blocks aufgemacht Du bist ein bisschen destroyed Was willst du von mir? Nichts wirklich von dir Überhaupt Gar nichts Ähm Das geschieht ja recht Das geschieht ja sowas von recht Yo, 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 yo Shit Hallo, hallo Ha ha Das wollte ich ja Wow, wow Du Breiden Du Breida Das gibt ja eine mega Kettenreaktion reaktion explodiert nichts ja unten ist das explodiert oleg ich dachte hier das jetzt alles explodiert ja das wäre richtig krass wie heftig das wäre das wäre eine heftige explosion geworden auf jeden fall ich habe schon wieder soviel tnt bekommen ja dann lass doch ein sprengmeister was bist du der sprengmeister da habe ich schon mal eine waffe noch das apos und ich weiß nicht kann das oh nice oh holy shit oh nice zieh dich bitte wow nein es ist mies 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 ich muss code machen mega viele giants dreck nochmal wegen den items ja ok jetzt lagts ja aber wieso wieso jetzt nein 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 nicht machen nicht machen nicht machen nicht machen ah ok jetzt geht es aber wieder ja jetzt geht es wieder war wegen den giants ok nice na gut werfen wir die drei mal weg wow was hä warte mal wann das ne es waren nur emeralds LOL cool erstmal den spawner hier abbauen jawohl 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 ähm gäbe es hier eine drafting table wäre ich dem ganzen sehr dankbar aber das gibt es leider nicht so warte mal ist noch alles da gut ist noch alles da so 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 ok ähm huuuh ok nice nice oh gg ok mach mal gg my friend gg my friend gg my friend ähm ne gut wir packen da hinten weiter aus dein schicksal ist besiegelt warum was hast du so weißt du sachen ähm 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 alter was für eine struktur ist das oh nein ne hexe tschüss hexe häss die stirbt einfach nicht shit ich komm jetzt hier raus ähm so ok nein warum fällt das auch runter wo bist du david where are you now hä was nice guuut mein apo red sword regelt das ist gut das ist echt gut so zum Glück baust du dich da oben hoch gg und nicht unten mhm wieso lol alter jetzt reicht's david oh mein gott ich bin runter gefallen so wieso reicht das jetzt weil es jetzt gut ist jetzt ähm muss ich meinen bogen halt mal zum einsatz bringen hallo lol du hast mir nur mobs her geworfen lol es explodiert einfach warum auch immer warum auch immer hä bist das du achso ne fuck hä was was bringt dir das was machst du lol was machst du nicht aber was ist das was ist das was ist das und ist das was ist das Ich habe noch 14 Blöcke zum Öffnen. Du warst halt eben unsichtbar. Nein, ich habe keinen Trank. Ich baue bei mir noch Blöcke ab. Was machst du, Junge? Dich hitten. Bekomme ich hier überhaupt keinen Schaden? Okay, ich habe deine Wolle da nicht gesehen. Das ist gut. So, taktisch klug jetzt. So etwas zu tun. Dann, hätte ich eine Workbench, dann könnte ich jetzt endlich Emerald Rüstung machen. Aber, was ist das? Lockdown Crate. Bauen wir das mal da vorne ab. Habe ich nicht mit dem Amboss? WTF? Oh, meine Wolle ist weg. Es ist ein Bossfight hier. Shrek! Meine Wolle ist weg. Ich muss meine Wolle neu platzieren. Es hat sich... Guckt ihr mal, was für eine fette... Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, geil. Ich töte mich und laufe dann... Slash Game Mode 1. Holy Shit! Und sehe ich das? Shrek war da. Als Mob Battle war da Shrek. Oh Mann, das ist jetzt kacke. Weil ich die Wolle eigentlich da platziert hatte. Ich muss sie halt woanders platzieren. Mann, Mann, Mann. So, Game Mode. Null. Null. Jetzt... Diese Struktur hat gerade alles versaut. Alles. Meine Wolle ist so einfach zu finden. Das ist voll doof. Gibt es hier irgendwo... Oh Mann! Nichts Gescheites in der Kiste hier drin. Gibt es noch mehr? Leck glaube ich, oder? Oder leckst du nur bei mir? Ich weiß es nicht. Ja, es leckt. Ein bisschen. Ja, ich mache den Couch. Holy Shit! Shrek war hier irgendwo. Jo, jetzt gibt es Lecks. Alter! Ich habe einfach Shrek gefunden. Wegen dieser Struktur wahrscheinlich. Ne, jetzt geht es wieder. Oder? Bei dir auch? Ja. Was ist das? Musik. Die Bögen, die machen so nice Sachen. Alter! Mann! Hä, warum komme ich da nicht hoch? Was? Wie viel Leben habe ich dir abgezogen? Nicht viel. Letztere Schwert. Unbedingt. Unbedingt. Oh nein. Jetzt habe ich mit Mining-Fatig. Ich muss runterspringen. Ah! So ein Dreck, Mann. Oh, das ist gut. Hä, warum kann ich die nicht einsammeln? Sammelt jemand bitte ein. Jo. No. Jo, was? Ich fliege mit TNT! Holy Shit! Jo! Jo! Ich bin mit TNT in die Luft geflogen. Also, ich bin auf TNT geritten und in die Luft geflogen. Okay, was habe ich hier? Ähm. Ich habe Weed. Okay, und jetzt habe ich nichts mehr. Nice. So noch. Zack. Und anziehen. Und jetzt... Oh, ups. Das war nicht geplant. So. Wo bist du? Ach da. Zack. Nice. Apo Red regelt gerade für mich. Apo Mapo. Der gute Junge. Hört, lol. Ich hatte gerade einen Leck. Mega Leck. Du? Wo versteckst du dich? Kasti. I don't know. Habt eine Wolle. Ernsthaft? Ja. Puh. Puh. Was hast du gemacht? In der Hoffnung, dass du deine Wolle abnippelt. Ey, die ist wirklich abgenippelt. Ja? Ja, wo bist du? Ernsthaft? Ja. Weil ich sie... What the fuck? Bist du runtergefallen? Nein. Wo bist du? Versteckt. Loll, wie assi ist das? Wieso wie assi? Ja, weil die Struktur hat es halt zerstört und dann konntest du dich richtig verstecken. Das ist kein Betrug. Das ist Taktik. Das ist kein Betrug. Das ist Taktik. Hey, ich hab dich hier gesehen. Wie kannst du überlebt haben? Hallo? Ach. Da ist er. Hä? Oh, unentschieden. Nein, guck. Du bist erster gestorben. Fuck. Guck in den Chat. Du bist erster gestorben. Ja, wir sind im ca. selben Moment gestorben. Boah, Alter. Wer weiß, ist das unentschieden oder ist das kein Unentschieden? Das schreibt ihr jetzt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.